Moin Leute, herzlich willkommen zu einer zweiten Folge, äh, Human for Flat. Ja, heute versuchen wir weiter zu kommen. Ja, ich hoffe ich weiß die Steuerung noch. Ja, und ich hoffe, dass ich die Steuerung noch weiß. Ja, so läuft man auch auf jeden Fall. Ich hab hier jetzt auch ein bisschen die Musik lauter gemacht, damit ihr auch was im Video von der Musik hört. So, jetzt versuche ich auf den Zugtisch zu springen. Hoffentlich schaffe ich das. Ja. Nein. Ja, das war jetzt ein absoluter Fail. Der erste, ähm, und... Okay, das wird nix. So. Dann versuche ich jetzt nochmal zu springen. Was ist mit meinem... ...arm falsch? Okay. Danke. Ich versuche jetzt... ...komm mit Zug. Ah, Zug. Lass mich bitte noch hier drauf. Ja, danke. Ja. Fall doch noch mehr runter. Ah, das heißt ja Human for Flat. ...komm mit. So, bringt das was? Ich hoffe schon. Ich versuche das jetzt. Jetzt hat das nicht geklappt. Geht das überhaupt? Okay, ich denke nicht. Ein bisschen noch. Wie komme ich da nicht dran? Wieso komme ich da nicht hoch? Geht's mir ernsthaft? War da einmal drauf, aber... Naja. Halte dich an einer Säule fest, während du auf der Plattform gehst. Ein Ricke-Racke-Ricke-Ball... Lalalalalalalalalalalal... Okay, das war ziemlich schlecht. Ich schiebe das jetzt ein bisschen mehr nach vorne. So. Wahrscheinlich komme ich jetzt auf den Zug, aber... Ich komme dann nicht auf den zweiten Zug drauf. So wie ich mich kenne. Angriff! Oh, endlich! So einfach kann's sein. Wenn man sich... ...nur... ...n bisschen... ...Gehirnmasse... ...äh... ...abgibt. Ja, ja. Ja, fußigste! Puff, puff. Errungenschaft freigeschalten. Puff, puff. Okay. So, ich nehme einfach mal die Box... ...und tu... ...die Box auf den Knopf. Geht's auf den Knopf? Ja. Lampe! Lampe! FC Deutschland! Aua. Bitte fall nicht auf meinen Kopf. Danke. Ich dachte schon, du fällst wie auf den Knopf runter. Aua. Ich möchte den Knopf drücken, aber dass ich auch noch hochkomme. Ja! Gib mir die Box. Gib mir die Box. Give it me. Die Box steht ein bisschen suboptimal, aber... ...ja, ich bin noch durchgekommen. Aua. Komm, die Box. Ich möchte dir was schenken. Ich möchte dir... ...äh... ...was zeigen. Ja, ja. Wow. Der Moment, wenn man... ...ein... ...also... ...aufzug... ...steht und... ...und den Knopf nicht trifft. Kannst du jetzt kommen, Box? Möchte ich dir doch was schenken. Box? Nein, Box. Nein. Du kommst jetzt hoch. Nein. Jetzt muss ich zwei Kinder auf einmal tragen. Wieso habe ich die Kiste nicht getriggert? Nein, ge... Äh... Ja, ich soll es gefangen. Getr... Die... ...ge... ...gecatcht. Knopf. In real life wäre das wahrscheinlich alles viel einfacher. Äh. Drück den Knopf, Alter. Drück jetzt den Knopf. Du Harald. Äh... Ja. Bin schon hochgekommen. Bin bevor. Ist das jetzt dein Scheißernst? Ist das jetzt dein Scheißernst? Und wieso ist grad... ...hat ein Tipp gekommen? Ah! Blöde Kiste. Wieso ist das da oben ein Tipp? Ich gebe dir... ...bam, bam, 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 bam. Links, rechts. Das gebe ich der Box gleich. Oh, ich mache auch die ganze Zeit links-klick und ich bin Rechtshändler. Händler. Ja. Ich. Ich handel rechts. Ich. 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 Ich mache jetzt Trick 17. Trick 17 ist da. Wenn ich jetzt gleich runterfalle. Ja. Das... ...verstehe ich jetzt nicht. Ich. Du kannst Objekte... Ja, danke. Ich glaube, mir ist jetzt gar nicht mehr zu helfen. Was ist das für eine Scheißkiste? Wieso habe ich mir das Spiel nur gekauft? Wieso habe ich das getan? Wieso habe ich mir YouTube gekauft? Auf jeden Fall kauft man sich auch YouTube. Boah, wieso ist die Kiste so dick? Es fasst so dick wie... ...Annegrit. Wer sie nicht kennt... ...Ihr seid Annegret. Ja, ja. Ihr seid meine Annegret. Die, die... ...die, äh... ...wie heißt das? Tourist? Jetzt ist mir ernsthaft. Wieso... ...wieso steht dort unten Tourist? Nur weil ich schwarze Haare habe? Aber was heißt überhaupt Tourist? Trick 17 ist wieder da. Trick 17 ist wieder da. Anstatt dass ich auch mal richtig spiele. ...so wie es gemacht werden soll. Vielleicht hört man eventuell mal... ...Tastatur. Also weil ich gerade angespannt bin. ...wie man... ...hüft. So. Endlich. Oh, jetzt muss ich schon wieder auf den... ...Aufzug warten. ...Zerquetsch mich. Ich will nicht... ...wissen, was dann passiert. Falle ich jetzt gleich runter oder was? ... ...Dep. Aber ich würde dann mal sagen... ...das war's von dieser... ...naja... ...was heißt kleinen Runde? Äh... ...einer... ...Runde... ...pfff... ...ja... ...Human Fulfillet. Und... ...ja... ...ich würde einfach noch mal sagen... ...abonniert Tanzverbot. Der macht... ...sehr gute Videos. Ne, Tess. Aber wenn ihr darauf Bock habt... ...no hate. ...aber ich habe ihn selbst nicht abonniert... ...und ja... ...ich würde sagen... ...ich spring jetzt runter... ...aber mit Stil nehme ich mit... ...Dep. Äh. Das hätte jetzt... ...hät's irgendwie läuft richtig weh getan... ...wenn man so auf den Gesicht landet. Okay. Hau rein und... ...tschau.